Ja, weiter bei... Oh, was habe ich denn getan? Dann liegt es vielleicht doch in dieser Horrorhöhle, von der du eben erzählt hast. Das wäre auch ärgerlich. Ah, das sieht doch gut aus. Du bist witzig. Du bist ein witziger, witziger Mann. Hey, es war im Händigkeit. Ah, ja. Oh. Waren in dem Raum irgendwelche fliegenden Gegner? In dem... Nein. Nicht, dass ich wüsste. Ah. Ah ja, du. Dich haben wir ja... Biss ich jetzt weitestgehend ignoriert. Ja, hier können wir ja nichts anfangen. Keiner, glaub ich nicht. Ich weiß nicht, wie man quickchargt. Der ist so viel zu kurz, die Distanz hier, oder? Ja, man kann irgendwie quickchargen, aber ich weiß nicht, wie. Soll ich das mal schnell googeln? Äh. Das hilft uns aber auch nur zu einem Herzteil. Und das verlangt das Spiel nicht. Okay, hier runter zu gehen war Zeitverschwendung. Wir müssen... Ja. Äh, ja, ich glaube, wir müssen... In den Horrorraum, richtig? Wieder in den Horrorraum. Der Horrorraum, finde ich schön. Horrorraum. Horror, der Horror. Immer wenigstens der dumme Grappling-Beam, was nützen würde. Aber nö. Es wäre witzig, wenn du... Wenn du den Grappling-Beam, den du hier kriegen würdest, in Interhab... Ach so, der wäre witzig. Ich stimme zu. Es geht doch so weh, an so vielen Itemspots vorbeigehen zu müssen, weiß. Mhm. Weil es nicht geht. Es geht einfach nicht. Ach. Hier, Kapitän. Unsere Space-Piraten klettern schon wieder an den Wänden. Hat die nix Besseres zu tun? Oh, der Witz. Was... Vielleicht ist das auch so ein Hobby. Es ist ja so hier wie Bouldern gehen. Andererseits, wenn du dir guckst, wie die Treppen hier in diesem Ding sind. Wer baut denn sowas? Da würde ich auch lieber die Wand hochkriechen, wenn ich's könnte. Geht schneller einfach. Ach ja, Mother Brain baut sowas. Ja gut, Entschuldigung. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns bald wieder, denke ich. Da oben habe ich nicht genug Platz, um Speedboost aufzubauen, nehme ich an. Also noch die absurde Welt, in der wir vielleicht einen Speedboost mit dem Speedboost da durch die Wand kämen. Vielleicht. Was reicht nicht? Naja, das reicht nicht. Zurück nach Norfair. Aber was mit dem Horrorraum? Wo wollen wir doch hin? Ach, das ist in Norfair? Wir müssen doch wieder nach da unten. Oder was dachtest du denn? Ich dachte, da wäre in der Wand so ein Horrorraum. Ja. Ein Item. Ja, Morphball. Morphball, okay. Alles in diesem Spiel dreht sich um Bälle. Sag das mal dem Osttempel. Aber wir haben hier jetzt wenigstens die Sache. Man kann sich wehren, außer gegen Rosenkohl. Ja, gut. Rosenkohl bleibt... ...gegen Rosenkohl kann man entweder immun werden oder... ...ausweichen. Ich weiche Rosenkohl ja auch gerne aus. Geistesblitz. Geistesblitz. Ja, gut. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das geht oder nicht. Hier wollte ich auch nur ganz auf Nummer sicher gehen, weil es... ...ne, der Raum ist es nicht. Aber so ein Raum... ...hat irgendwann eine seltsame Sache und der hier ist irgendwie auch irgendwie ein bisschen komisch. Ach ja, mit dem getrennt und dem runter... Warum kam ich da nicht runter? Ach, deswegen. Ja, alles klar. Äh, kannst du bitte dann... ...und warum mach ich mir irgendwie... ...ja, richtig. Ups. Na. Deswegen. Na, jetzt komm. Jetzt ist aber... ...aber gut jetzt. Das ist dumm. Float, die Steuerung des Todes. ...ja, ja, mhm. Ich brauch die Dinger, sonst klappt's nicht. Post doch. Ja. Wenn ich nicht... Wenn man... ...ja. Das ist... ...komm. Besser wird's nicht mehr. Nee. Ah, hier hab ich doch auch nicht genug Platz. Ich hatte gedacht, vielleicht... Äh, fuh... ...ah. Nutzt das Auge der Wahrheit. Eeeh. Hihihihi. Ja. Da fehlt ein gewisser... ...m-m-morphball. Ja, ich hatte nur gedacht, vielleicht kann man hier auch... ...den Spark machen, aber... ...nö, das geht nicht. Wir werden einfach ein wenig... ...wahnsinniger und wahnsinniger... ...mit jeder Sekunde. Warum kamen wir da unten nicht weiter? Vermutlich, weil wir einen Morphball gebraucht haben. Ja. Oder gelbe Türen. Hat weder das... ...oder der Speedbooster war notwendig. Ach. Nein, grüne Türen. Grüne Türen, ja. Für 20 Rubine. Ich wähle grüne Tür für 20 Rubine. Kannst du haben. Oh nein, 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 nein. Da gehe ich noch nicht wieder hin. Bepa. Die, du Jungs. Die könnten mir doch helfen, oder? Könnten sie. Ich meine, das sind so... ...10 Pixel mehr. Ah. Ich meine, wenn er eine... Die können... Ja, natürlich, die können. Die Quelle sitzt, könnte er mir doch helfen. Das stimmt. Muss ich doch nur... Wo packe ich den am besten hin? Ja, seitlich. Hier, jetzt, jetzt. Ja, da so. Ja. Ja. Aber hallo. Und jetzt... Oh, ist das mies. Man muss das natürlich perfekt sofort beherrschen. Ja. Na, das war auch nicht die richtige Ecke. Wo tue ich dich am besten hin? Das könnte funktionieren. Das kann aber auch jetzt sehr dauern. Also gemeint ist es so bestimmt nicht. Nein, gemeint ist es so nicht. Gemeint habe ich an der Stelle links den Heidjom. Oh, ist das doof. Kann aber auch, glaube ich, nicht springen. Und dann nach... Obwohl, vorhin habe ich es doch versehentlich gemacht. Dass ich gesprungen bin und dann nach oben geschiebt bin. Dingsies bin. Das war so. Ich muss erstmal neun von den Dudes auftreiben. Und so ein Ding erschießen. Aua. Dude. Ja, du. Mitkommen. Wie auch einfach brennt. Wenn ich ihn auf diese blöde Plattform hier kriegen würde. Nee, geht nicht. Ja, ich weiß. Aber es wäre schön. Ja, wäre... Es sind gleich zwei. Du hast ja gleich doppelte Chance. Ich weiß aber immer noch nicht, wo ich ihn hinkacken soll. Das ist zu hoch. Das ist zu hoch. Das ist nicht hoch genug. Hm. Das ist... Ja. Hm. Au. Wo ist der andere hin? Ja. Hallo? Ja, wenn man sie nicht beaufsichtigt, existieren sie manchmal nicht. So, so. Sind wie Arbeiter im Baumarkt. Das soll nicht sein. Nein, das ist... Das soll nicht sein. Nein, das ist... Kannst du nicht da durchklippen einfach. Das wäre so schön. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel mich hasst. Ja, das tut es ein bisschen. Aber ich glaube, es gibt jeden in Metroid so. Bin ich aber... Okay. Okay, ich kann genau auf diese Höhe springen. Das geht theoretisch. Ist noch alles nie sehr angenehm. Na gut, von dem Level sind wir so... Von angenehm... Auf. Metroid war noch nie angenehm. Das Spiel war gar nicht dazu gemacht, angenehm zu sein. Autsch. Wie kriege ich denn hin? Ich müsste einen Rollen-Hinsprung kriegen. Dann macht sie es... Ah, nicht. Ja, ich wollte schon immer Metroid-Stuff üben. Vor laufender Kamera. Jetzt. Oh. Oh mein Gott. Das ist hervorragend. Wenigstens komme ich dazu, den ganzen Scheiß mal zu üben. Okay, ich kann den Morph-Ball schon förmlich riechen. Bin mir auch sehr sicher, dass wir keinen Morph-Ball brauchen, um an den Morph-Ball zu kommen. Hier ist unten auch noch ein Item, aber mehr als gucken, was es ist, können wir auch nicht, weil... Energieniveau kritisch. Ja, gut. Ich könnte mir auch einfach mal Energie besuchen. Joga, komm da weg. Okay, der mag's. So dringend will, muss ich es jetzt auch nicht wissen. Ich kann es eh nicht holen. Ist bestimmt irgendwas Tolles. Okay, gut. So. Ach, was ist mit dem? Der müsste ja auch... Oh, mit den dummen Seepferdchen. Seepferdchen hassen übrigens Raketen. Nicht nur Seepferdchen. Ah ja, ich vergesse immer, dass ich im Mond gegen diese Lava bin. Mann, Feuerball spuckt in der Seepferdchen. Das hatte ich schon seit Super Mario Land nicht mehr. Da ist man sich nicht sicher, ob es Feuerbälle waren. Ach stimmt. Man kann nur Mut maßen. So, wir bekommen jetzt den Morph-Ball. Ja. Ja, Leute. Das muss man sich mal vorstellen, was jetzt passiert. Das ist nur die Spitze des Neusbergs. Oh Gott, da ist es. So, das ist der Moment, an dem wir jetzt endlich anfangen können, Progress zu machen. Ja, in der Tat. Oh Gott. Puh. Hören wir natürlich hier wieder irgendwie raus. Das ist übrigens, was dieses Feature betrifft, auch ein extremer Arschlochraum. Oh ne, 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 ne. Hier würde ich eigentlich gar nicht weiter runter. Und zwar können wir theoretisch den Raum da oben erreichen. Ja. Aber es ist extrem komplizierend. Ich sehe schon, ja. Ja, es geht noch nicht mal an der selben Wand. Hm. Es hat was damit zu tun, an diese Wand da zu springen und da sich hochzuarbeiten. Ähm, nein. Da jetzt so viele Wege offen stehen und auch gelbe Türen kein Problem mehr sind. Ja, ich möchte es trotzdem mal versuchen. Oh Gott. Na, ich glaube, man braucht dafür den Halt, ja. Ja, aber richtig, richtig, richtig. Wir gehen da unten jetzt auch vorläufig. Ich möchte jetzt einfach mal, weil ich es jetzt kann, anfangen, in Krateria aufzuräumen. Da, wo es einfach ist und die Welt noch nett ist. Mhm. Äh, hilf mir der lustige Grab. Oh, ich war eigentlich an der ganzen Geschichte, äh. Oh, Moment. Vielleicht denke ich auch zu kompliziert. Ich meine, theoretisch? Ach, nein. Gut. Du bist Ding. Äh, das war nicht der Raum, oder? Natürlich nur 10 Bomben. Wir haben hier noch keine normalen Morphballbomben und wir haben keinen Springball. Das heißt, alles was wir machen müssen, bedeutet Powerbomben. Oder mit anderen Worten. Das sieht viel besser aus, aber wir sind nämlich aus dem Gröbsten raus. Aber es ist viel besser als vorher. Ich habe hier auch ein Schauspiel. Ich frage mich gerade, wie das ist, ähm, welches Spiel schließt man denn als erstes ab? Geht das überhaupt? Das ist egal. Das ist egal. In beiden Fällen ist die Welt danach so lange offen, bis du mit beiden fertig bist. Okay. Aber du musst beide abschließen, damit es endet. Ja, das Ziel ist Mother Brain und Ganon's Bissi. Ja, Wahnsinn. Okay. Oh, die sind das, die machen hier auch so viel Schaden. Da, war ja was. Ah, die sind krabbenähnlich. Die gibt's auch noch in Büros. Ich möchte betonen, dass wir maximale Field-Kapazität im Spiel hier erreicht haben, die uns trotzdem ganz schön viel Schaden machen. Hier ist das, was ich meine. Hier brauchen wir jetzt, allein um da hochzukommen, zwei Powerbomben. Weil wir Bomb-Jumpen jetzt hier mit Off-Power. Oh, aber ich kann. Ja, 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 ja. Ich gehe jetzt erst mal zum Spacer-Spot. Klingt doch auch lustig. Spacer-Spot. Spacer-Spot. Und wenn wir dann zwischendurch auf dem Weg noch ein, zwei Bomben finden, können wir auch zu Krayt. Oh. Es ist mir sehr wichtig, dass er stirbt, weil er unglaublich viele Hormone genommen hat und einfach zu groß geworden ist. Okay. Es explodiert nicht, wenn man nach Schräg oben zielt. Das war wichtig. Oh ja, mit Grapple-Wook und dem ganzen Go drum und dran ist theoretisch Moradia auch eine Option, aber... Okay, das einzige Problem an Metroid ist eigentlich, dass wir jetzt so viele Spots haben, dass ich aufpassen muss, ist, dass ich nicht zu viele vergesse. Aber die wichtigsten Items haben wir ja eigentlich schon. Ohne Witz. High Jump ist noch... Also die meisten... Es gibt noch eine Menge Bonus-Punkte. High Jump braucht... Streng genommen nicht, um das Spiel abzuschließen. Ja. Richtige Powerbomben wären natürlich super. Oh. Ich glaube, es gibt keine Stelle, wo du wirklich, wenn du Rolljumpen kannst, den High Jump brauchst. Und scheinbar parken kannst. Du hast nur gesehen, dass das sehr viel angenehmer geht. Ich bin mir auch noch nicht immer sicher, ob das wirklich in Logik war, was ich da gemacht habe. Aber ich meine, ich war in der Lage, das zu machen. Und ich spiel... Oh. Ach. Samus hat einen Master-Schwert für Link gefunden. Dass sie auch den Text dafür einblenden, super. Hier war nix. Kein Spot, das glaube ich. Nee. Das Master-Schwert bringt uns auch nicht weiter. Außer wir wollen unbedingt in die Dark World. Was uns original natürlich dann nichts bringt, weil in Arganims Tower ist ja kein Spot. Richtig. Weil wir ja keinen Key Sanity haben. Ich glaube, hier droppt auch nichts Powerbomben. Und das Ding... Wie viel Lebensenergie oder Missiles? Nur Energie. Will ich da wirklich wieder hoch? Äh, ja. Ich meine, ich könnte auch einfach wie ein normaler Mensch vom anderen Ende hingehen. Ach ja. Irgendwann muss ich ja mit den Dingern anfangen, gut zu werden. Hör auf mit dem Nicht-Drehen. Manchmal dreht sie sich halt nicht. Möchtest du den Leuten nochmal erzählen, mit was du gerade spielst? Ich spiele mit deinem Playstation 1 Controller, weil mein Super Nintendo Controller zu schwammig ist. Und das, ähm, ja, das Gute ist, das kommt... Ich hab's verzweifelt versucht, mit einem Xbox 360-Pad zu machen und... Ich finde, Walljump in dem Spiel ist nicht unbedingt die einfachste Sache der Welt. Das sind zu viel Diagonalen. Ah, okay. Ja, außerdem ist Playstation 1 Controller... Das ist ja das, was am nächsten an ein Super Nintendo Controller rankommt. Kavorm. Die Tür ist ja auch gleich auch so praktisch. Und ne Powerbombe hat's auch gedroppt. Welcher Raum war das hier? Och, der lustige Lichtleraum. Die droppen Powerbombe. Das weiß ich. Und das ist gut. Und wenn man sie kaputt macht, geht das Licht aus. Ja. Ist schlecht. Ah. Hier kann ich ja lang. Ich hab hier die... Das zweifelhafte Vergnügen, das zu besitzen. Weiß nur nicht mehr, wie es funktioniert. Aufsichtlich so. Sieht bisher gut aus. Hopp. Ich hab nicht so viel, wie ich mir in Erinnerung hatte. Ah, shit. Das ist ärgerlich. Ich hoffe, sie mögen Stachel. Äh... Oh Gott. Wow. Das ist schon arschig ein bisschen. Los, grapple dich da dran. Ah. Okay. Lass mich. Lass mich. Nimm mal diese Tremors. Hör auf. Ah, jetzt. Jetzt aber hui. Oh nein. Lass mich rein. Lass mich rein. Geh. War schon ein bisschen spannend hier. Meine Güte. Ich hab noch... Screw attack. Es ist keine Pornoseite. Ich vermiss die. Ach ja. Ich vermiss screw attack sehr. Bäh. Warte, wie komm ich hier wieder raus? Mit der screw attack? Ach. Da? Oder da, in die Röhre. Wir haben noch vier Versuche, mit der Bombe was zu reißen. Aber was ist, wenn du keine Bombe gehabt hättest? Ja, dann... Wenn ich hier keine Bomben habe, dann komm ich nicht raus. Wow. Ja, du bist das. Deswegen sind normale Bomben auch wichtig. Wo bin ich denn jetzt? Da bin ich jetzt. Ja, klar. Das kann man aber auch, glaube ich, so aktivieren. Oh nein. Okay. Okay, wir brauchen auch definitiv Powerbomben. Ja. Das macht ja nichts. Die Gegner in dem nächsten Raum droppen ja zufällig, weil ich... Wenn ich nicht sterbe, übrigens. Ja. Stirbt man nicht. Hier kommt ja ein Gegner vor. Wobei ich im schlimmsten Fall muss ich den erstmal abfarmen. Nein, das ist ja schon nice. Screw attack is nice. Ach ja, ein vernünftiger Mensch würde an der Stelle jetzt ein Safe State setzen. Aber du bist nicht vernünftig. Ach, da ist er ja. Ach, endlich sah der Alarm aus. Screw attack ist aber auch echt schon mal echt schick. Aber das war ja nicht so schlimm wie hin. Aua. Shit. Stacheln sind ja auch noch Stacheln. Oh. Aha. Aha. Ja, ich würde sagen, das wird gleich nochmal gefarmt. Puh. Ja, mein, vier Powerbomben, das ist nichts. Und ich habe auch eine Maximalkapazität von Sven. Ja, das ist halt auch nie so geil. Ich meine, ich habe jetzt eine Screw attack und ich freue mich darüber. Wäre ich mal besser trotzdem erst nach, zurück nach Crateria gegangen. Wir gehen jetzt hier. Okay. Ich sehe schon, ja. Ich fühle mich hier einfach nicht mehr wohl. Okay, wenn ich jetzt eine richtige Pussy bin, was ich bin. Erstmal ist das der Hinterausgang. Hinterausgang. Hier kämen wir sowieso wieder lang und hier ist diese leckere Energie Recharge Station. Mh. Köstlich. Ich würde gerne einen Energy Tank mehr oder zwei. Oder zehn. Ich glaube, zehn ist realistisch. Aber ja, wir räumen jetzt erstmal hier. Prinz da auf. So da, wo man am Anfang vom Spiel hingeht. Ja. Halbwegs chronologisch alles. Ah. Bis auf die Sache. Hey, lass mich. Ich hätte übrigens auch gerne etwas weniger dumm dienen. Sind diese Würmer und die Pflanzen eigentlich auch Piraten? Ja. Arbeiten sie mit in der Crew? Ich glaube schon. Das ist so schön, dass hier uns eigentlich direkt... Das ist eigentlich so schön, wie dieser Wurm sagt, ja, ich mache mit. Ich grabe mich dann mal hier in diesem Boden und warte. Diese Fische übrigens auch. Auch sie sind Teil der Crew. Und krabben. Das war beeindruckend. Okay, jetzt zumindest eine Tür. Tja. Oh Gott, die krabben. Ja, die krabben. Sie hassen... Sie droppen Porgon. Ja. Und sie hassen Screw-Attacks. Ey, fast alle sind im Spiel hassen die Screw-Attacks. Gehört trotzdem in die Kategorie Lebensentscheidung, dass ich jetzt der Meinung war, Meridia ist die richtige Antwort. Hey. Hey. Lass mich doch einfach da durchkrabbeln. Tja, wenn ich mal Schaden machen würde. Ah, das ist der Raum. Ja, blubb. Das führt uns hier geradezu gar nichts, wo ich lang gehe. Aber ich freue mich ja auch, wenn ich das alles strecken kann. Ich habe versehentlich ein Item gefunden. Ach Mist. Recharge. Kaputt. Okay. Kaputt. Ich glaube, es ist nur eine Map-Station oder sowas. Die funktionieren ja nicht und die meisten von denen sind Übergänge auf eine andere Map. Ja, wie ist das überhaupt? Sind das jetzt verschiedene Ländereien oder verschiedene Planeten? Wie funktioniert das genau? Da musst du Nintendo fragen. Ja, also ich habe noch nie durch einen Schleusengang den Planeten gewechselt. Wo ging es denn hier? Oh. Natürlich hier sind wir. Hier geht es ja noch. Ghost Ship? Ja. Es sollen gewisse... Ich meine, es hat ein, zwei Spots. Ja. Und komische einäugige Tintenfische. Jetzt müssen wir natürlich nur da reinkommen. Tintenfisch-Phantom-Kapitäne, was auch immer. Also auch wieder so eine Sache, die technisch möglich ist, nur nicht immer besonders angenehm. Hopp. Wie hieß dieser Endgegner? Aber das ist nicht wirklich das Rackchip, was da ist. Warum klappt das denn jetzt nicht? Liegt das an meiner Skritte? Meinst du das große, fette Ding mit dem Auge oder das Brummische? Das Ding mit dem Auge. Das Phantom. Ja, richtig. Phantom. Ja, Phantom. Phantom. Normalerweise bekommt mir der das hier besser. Aber jetzt tue ich mich gerade schwer. Ach, Phantom. Er ist gar kein Thun. Fast. Ich glaube, das ist auch wieder mal nicht so gedacht, was ich hier gerade mache. Wie wäre es, wenn wir das einfach jetzt nicht machen? Ja. Ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass es nicht so verlangt wird, dass ich da hingehe. Und dann würde ich da sowieso wieder... Ich würde wieder Verbrechen begehen. Ist schon schlimm genug, dass wir eigentlich durch Maridia durch können. Oh, und wir können das Item da holen, weil ich habe hier jetzt einen Speedboost und Bomben. Ist ja völlig richtig. Hier ist ja eigentlich der Icebeam-Spot. Ja. Oh, und das auch noch. All die Möglichkeiten. Entdecke die Möglichkeiten. Ja, das ist wirklich der Slogan für Metroid. Bereue ich es jetzt, wenn ich meine Skritte wieder anschalte, weil die Dinger kaputt gehen? Nope. Oh. Eh nicht so wichtig. Aus Gründen. Ja, es gibt normale Wege, da hinzugehen und diesen. Oh, das andere Item, wo... Äh, danke. Das andere Item gibt es ja auch noch. Wir hätten doch vorhin das nicht holen können, weil wir da hätten runter... Da sind sogar noch zwei Spots da... Der Spot, wo eigentlich der High-Jump in dem Spiel ist. War da was? Finden wir es raus. Ne, wir haben ja vorhin noch nur dieses eine Item und durften dann auf den Otto warten, bis er endlich wieder vorbeigekommen ist. Wenn du dich erinnerst. Ja. Da kommen wir jetzt ja auch lang. So, hier ist eine Menge Lava. Ah, verstanden. Und Gliber. Sonst nix. Ah ja, das erklärt, was das sollte mit dem Durchgang. Kaboom. Kaboom. Aber wo führte uns der Spaß hin? Oh, ich war's schon. Oh, ach. So ein lächerliches kleines Ding. Okay. Aber ich hab vorhin. Das kann man wohl sagen. Und ich weigere mich immer noch irgendwie zur Brinster zurückzugehen, obwohl es das einzig normale wäre, was man tun könnte. Ja, irgendwie folgst du deinem Ursprung damit. Oh, fuhr. Oh, no. Ich hab einen furchtbaren Fehler gemacht. Ja, und das kommt davon. Jetzt kannst du wieder Warch abüben. Weil... Das alles Fake-Plattformen in diesem Raum sind. Alles. Außer natürlich, wenn sie es nicht sind und das lästig ist. Oder ich lerne, wie man frame-perfekt von denen abspringt. Richtig. Okay, das passiert nicht. Nicht in dieser Folge. Äh... Preisfrage, wo führt uns das rechts eigentlich hin? Aber hier ist noch ein Item in dem Raum. Das ist das Ärgerliche. Ja, gut. Ich würde sagen, das müssen die Leute jetzt noch mal kurz aushalten. Kurz. Du setzt mich unter Druck. Ich? Nein. Wir... Die Leute können auch mal so einen 45-minütigen Exkurs... Das ist ja vielleicht eine Form von Tutorial. Ja, richtig. Ich hab's nicht geschafft, das Ding aufzuspringen. Aber ich hab die Wand schon mal geschafft. Ja, ja. Rechts finde ich es trotzdem schwieriger. Wir tun gleich... Oh, nee. Das geht auch ein bisschen auf den Daumen. Aber wir machen das jetzt. Wir springen jetzt wie Idioten da hoch. Und mit wir meine ich mich. Ja, ja. Aber du bist der größere Narbe, weil du musst dir auch noch angucken. Ich bin hier Beifahrer und muss mir das alles noch angucken. Ja, mach mal ein bisschen schlechtes Backseat-Gaming. Ja, okay. Gib mir mal Tipps, die mir überhaupt nicht weiterhelfen. Naja, du musst halt zur richtigen Zeit entgegendrücken und dann die Sprung-Taste aktivieren. Ja, das ist halt alles noch nicht ganz sekundengenau und nicht pixel-perfekt. Das muss ich jetzt schon besser machen. Und ich hätte vorher auch die Gegner, so gut es geht, weggesprengt, weil... Also, so bringt das ja nix. Ja, noch ein bisschen kritischer. Noch kritischer. Ja, im Grunde hättest du auch Save-States nutzen können, so schlecht, wenn du bist. Das bringt ja nix. Jedes Mal, wenn du was geschafft hättest... Ja, stimmt. Ich bin da zweimal schon frame-perfekt von dem Ding abgesprungen. Ohne es zu wollen, Alter. Das sieht jetzt gut aus, aber jetzt habe ich dich ermutigt. Ja, das ist... Wurde ich versehentlich ein Ball. Die Ball-Werdung. Eines Tages wachte Samsa auf und war ein Ball. Habe ich anders in Erinnerung. Ja. Kann ich nicht in dem Raum hier einfach Anlauf holen? Ich glaube, so funktioniert das nicht. Das funktioniert voll. Ja, der speichert die Energie für den nächsten Raum. Ich muss aber fürchtig durch die Tür so gehen. Aber ja, das klappt. Das kann man. Das ist merkwürdig. Vieles hier ist merkwürdig. Ach was. Ah. Aber die Plattform ist von unten kaputt. Ich könnte ja streng genommen auch wahrscheinlich auf den Doods einfach hochreiten. Ist hier sicher? Ist hier sicher, wenn ich hier hochtumpe? Das ist auch wahrscheinlich nicht nötig. Aber es sind Prinzipien. Und du weißt doch, wie gern ich auf den reise. Ja, ja. Oh. 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 Habe ich verdient. Das ähm. Also wirklich. Ich meine, es sah aber so aus als, ja, wir gehen einfach mal hier hin und gucken, wo ich hier reise. Ich hoffe, du schämst dich jetzt ein bisschen. Wow. Wie komme ich denn da unten? Oh, Krokomeyer. Da unten lebt, glaube ich, Krokomeyer. Echt? Da lebt er? Da unten lebt er? Ja, da ist Krokomeyer. Oh. Das fröhliche rote Ding. Das nur aus Rippen. Oder was auch immer besteht. Und Schnauze. Er ist lieb und putzig. Und ich will ihm eigentlich jetzt nichts tun, weil... Obwohl ich ja 14 Jahre alt war. Das sollte ja eigentlich reichen. Na, doch komm. Dann machen wir jetzt noch zum Folgenende Krokomeyer platt. Wie ich denn richtig ist da, Krokomeyer? Ach, doch. Der ist schon da unten. Quackmeyer. Giggidi, giggidi. Ah, ihr seht hier. Ja, ihr seht jetzt nicht, dass ich auf der Karte rumdeute. Das macht nichts. Wenn ich jetzt nach oben gehe und da links sind wir wieder in dem Raum. Ja. Was Gutes. Das heißt, das einzig Dumme, was ich jetzt machen könnte, wäre, hier runter zu gehen. Gut, dass du jetzt hier runter gehst. Nachdem ich gespeichert habe. Ja. Ich habe einen Energy Trank und ich glaube, ich falle direkt auf einen Krokomeyer. Giggidi. So ist es. Hi. Er ist irgendwie putzig. Ja, er ist lieb. Ich mag ihn. Ich finde es auch tragisch, dass man ihm sowas antun muss. Er hat das nicht verdient. Hey. Hallo. Nimm deinen Arm da weg. Nimm deinen kleinen, obwohl er ist gar nicht so klein, deinen langen, kleinen Arm da weg. Oh. Ich würde das ungern mit normalen Missiles im Arm nehmen. So. Gleich bist du am Ende. Das ist im Grunde aber genau derselbe Endgegner wie bei Donkey Kong Country 3, dieses Fass, was röst. Das ist genau dasselbe Prinzip. Er macht uns gerade fertig. Ja, nur noch ein Stück. Ja, ein Stückchen. So, ja, da kommt die Axt und dann fällst du in die Lava. Und dann ist die Prinzessin wieder in einem anderen Schloss. Gleich ist es vorbei. Ja, gleich ist es vorbei. Es ist jetzt vorbei. Jetzt ist es vorbei. Jetzt dürfen wir aber wieder meine Lieblingsbeschäftigten machen. Skeletten zusehen. Nicht die. Ich meine die hier. Oh. Wir haben einen Somaria-Stab bekommen. Das ist cool. Danke, Krokomeyer. Irgendwie passt das sogar als Dungeon-Item zu ihm hin. Irgendwie. Das hätte voll im Kanon sein können. Das hat zumindest die richtige Farbe. Wow. Au. Ah ja, toll. Kannst du dich schneller durch die Wand brechen, Junge? Bisschen schneller. Hallo? Ah. Ich meine, er gibt sich ja schon Mühe. Er gibt sich Mühe. Bis zum Letzten. Danke für all das Loot. Oh. Das ist übrigens die gute Art von Lava. Ja, ja. Ih. Ja, das war ja nochmal ein schönes Folgenfinale, würde ich sagen. Und ja, da ist noch ein Safe Room. Den sollten wir mitnehmen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir sind doch hier schon wieder gefangen. Oh, hier sind wir. Das ist nice. Ja. Das heißt... Das heißt... Wir kriegen noch ein Item. Ja, das lassen wir jetzt auch noch drin. Die Folge endet einfach nicht. Das ist die ewige Folge. Okay. Wir holen jetzt das Item und dann... Okay, na gut. Besser als nicht eine Flasche zu haben. Gut, jetzt... Mit dieser Flasche, würde ich sagen. Mit dieser epischen Flasche. Und in der nächsten Folge finden wir heraus, wie ich mich aus... Wie ich hier wieder wegkomme. Ja, warum auch nicht. Bis dann. Ciao.